Ich war super überrascht. Also ich habe jetzt gedacht, Anna, meint jetzt mich? Also es war irgendwie... Ja, ich finde es toll, ich freue mich total. Ja, ich bin total neugierig, weil ich reise total gerne, aber da habe ich es irgendwie noch nicht hingeschafft. Und ja, ich erwarte mir ein ganz neues Land, was ich halt überhaupt nicht kenne und nur so von Bildern kenne und ich bin sehr neugierig. Ich freue mich sehr auf das, was auf mich wartet da und ja, ich habe irgendwie gehört, dass wir uns die Niagara-Fälle anschauen und das wusste ich vorhin auch gar nicht und habe es gerade gehört, dass ich mir wow, das ist toll. Also super. Ich persönlich verbinde mit Toronto das Filmfestival, von dem man immer sehr viel hört und ja, es ist irgendwie, ich stelle mir Toronto schon als eine sehr kulturelle Stadt vor. Und auf das Festival, wo wir hingehen, freue ich mich natürlich auch total. Und ich muss sagen, ich habe auf meinen Reisen Kanadier kennengelernt und die waren speziell, speziell nett. Irgendwie fand ich die irgendwie ein besonderer Typ von Mensch. Und da bin ich gespannt, ob das ein Zufall war oder ob. Ja, ich bin einfach mal gespannt, wie es heißt. Das war's. 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 Untertitelung des ZDF, 2020